so und willkommen zurück zur nächsten folge world of warcraft warlords of draenor wo wir uns hier so ein bisschen glaube ich heraus kämpfen müssen ich denke mal raus schleichen wird hier nichts dann machen wir das einfach mal irgendwie guckt und da sind wir level 92 na mensch das ist doch perfekter einstieg hier für die was haben wir denn hier ja genau verbessert das konzentriertes feuer aber wir haben hier ach das ist hier unser questing gewesen aha ok na mensch das ist doch also wir starten richtig gut in die folge rein bloß noch hier hoch müssen diesen blühenden mann dragora töten oder die je nachdem ja hier mal ein baum kann man für sägewerk später mal nehmen wobei ich glaube ein sägewerk lohnt sich nicht so wirklich ja schön 92 kurz also geht echt vorwärts haben ja gesagt dass wir das jetzt so in der aufnahmesession machen wollen für mich ist ja immer noch dieselbe aufnahmesession hier mehr oder weniger also passt das auch wieder ein bisschen was erreicht so nur bloß diese blöden blühenden mann dragoras finden sind denn das für viecher eine gute frage gute frage nächste frage mann dragoras die sollen hier mit dabei sein aber sagen wir reiten mal hier so ein bisschen hinten rum stellen sind hier so hinten dran und da war es gezettelt gezettelt ja nein wir haben nichts gezettelt wir haben wieder was hier gepult gezogen aber den lassen wir jetzt mal links liegen wir haben was gezettelt mein gott was ist denn heute los und hier haben wir wieder eine rare mob dann machen wir den erstmal so zack ein bisschen equip schade nie ah da scheint ein bisschen stärker zu sein hoppla bleib mal ganz ganz geschmeidig hier ja probieren wir nochmal was ich sagen ich weiß jetzt nicht was das war aber es war komisch soweit hier sieht nichts noch gut aus und bei mir nicht so ganz aber habe ich mich aber auch vor uns gehört beziehungsweise in einer der letzten folgen wir skillen nicht hier kirchenerei wenn wir das leder machen ist wahrscheinlich dann leder verarbeitung was wir hätten geskilled egal wir sind voll und drauf aber wenn ich das dann mit diesem anke mache was wollen das so schlingt da anke muss ich das mal irgendwie hier abschießen ist doch nicht hm sehr seltsam ganz ehrlich naja aber sei es drum den lassen wir erstmal liegen jetzt wird es zu blöd hier die ganze folge dann rumzuweiben oh mein gott zweimal am stück geweibed ich kann nicht kann ich die folge überhaupt ausstrahlen ne 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 wir suchen lieber hier unsere blühenden mantragoras wie auch immer ähm sind wir besser dran da haben wir sie aha da haben wir sie wir haben sie erfunden davon fünf stück das geht letztlich machen das ist soweit kein problem das waren zwei ach was willst du denn das wie eben das ist aber ich komisch gewesen jetzt kommt der nächste habt ihr es bald ich will gar nicht von euch inzwischen schon wieder die nächsten gespawnt das kann so sein oh man oh man oh man endlich die volk hat so gut begonnen hier mit level 92 und alles und jetzt ein fehlen nach dem anderen machen wir ja gehört dazu so dann holen wir uns noch hier ein und dann haben wir es und dann sollten wir so ganz 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 langsam in Richtung nächstes gebiet kommen was mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen hat aber ja gibt schlimmeres hm das ist der mini viecher etwa 10.000 ep da die quest zu machen man 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 so so na das geht auch nicht viel mehr wir sollen ihr helfen das wir brauchen investiert ihr eine münze hier investiert ihr eine münze in gelneas was sollen wir denn jetzt hier brauchen ich bin bereit das geht ja dann sag mal an Zeit mit dem braun zu starten was haben wir hier krampffranke sumpfleuchtergift schlussbettenherz da dann sag mal an was was war das jetzt schon ein hinweis also irgendwie bin ich heute echt ähm sag mal was Zeit mit dem braun zu starten ja weg nach rum schlägen das ist das ok giftiges ist das etwas giftiges wieder das fleischiges ist das da jetzt etwas für ein schönes schimmern ähm ach die das kraut ok keine geduld der tom lp keine geduld ja komm wir starten mit dem braun schieß los zum schimmern das ist das da ok schon wieder fürs schimmern fleischiges ist das da gift ist hier was sich bewegt und herum schlägt hatte nur drei versuche gebraucht so dann hier das elixier verreichen das hat er wohl schon gemacht oder sie ja es wird wohl helfen sowas ähnliches was da drin ist das kann doch gut sein so jetzt rettet die vermissten reisenden ähm tötet fünf botan und ähm und trefft ragnarie ralopor ok wir auch immer und noch eine quest gibt es hier da ja nicht weglaufen ich muss hier noch andere questen annehmen aber mir hat's da eilig hast du es etwas eilig eventuell vielleicht kann ja wohl net sein ja wo will er denn hin ja wo willst denn hin du bist nach schadrat renn hallo hallo ja wo ist er denn ich höre ich höre ja ich höre wir werden bestehen was willst du denn zerstört schlummerblüten 0 von 8 ok wie soll man die zerstören drauf treten ähm was ist denn los die folge ok aber es hat auch nichts gebracht also das ist echt nicht meine folge heute tut mir leid das ist irgendwie bin ich gerade ein bisschen weiß ich nicht verplant oder irgendwie ein bisschen gefährlich heute ich sollte heute kein auto mehr fahren so habe ich jetzt einfach mal so entschieden muss ich zum glück auch nicht mehr ja hier müssen noch irgendwo ein paar schlummerblüten sein theopraktisch kommen wir nicht lang zack jetzt noch ein paar schlummerblüten hola so gefällt mir jetzt wieder ne wo der irgendwie so erstmal schauen muss und dann poste doch wieder scheiße ach ne gehört alles dazu so na was ist los ungültiges ziel ok abgeben was haben wir hier machst du hier heft drin was ähm oh ganz schön ok ich habe jetzt gar nicht so realisiert dass sie auch so eine quest ist ich muss auch die ah ok mensch 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 ich kann mal ein bisschen pflanzen 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 ernten pflanzen 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 ernten ja hier wirst du was ich meine so dich haben wir auch gerettet mit einer heldenhaften handberührung so dicht so dicht schön dicht beieinander da kommen wir relativ gut und schnell vorwärts und dann müssen wir hier noch den den dingens müssen wir noch retten der seh hinten so hopp 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 da wollte ich mich jetzt eigentlich demnächst hier zurück porten und noch ein bisschen Leute auf Mission schicken die haben wir zwar vor uns weggeschickt aber die sollten jetzt wieder fertig sein eigentlich locker fertig sein jetzt komme ich einfach nicht weg ich komme hier nicht weg was haben wir hier mit jemandem sprechen ist er da doch was auch immer was auch immer das ist ähm so gucken wir mal möge das licht euch umarmen so tötet den gen genesaurier oh das gibt's kleines bisschen besseres item ach ich sag nichts mehr dazu ist es heute ist es heute wie gut ich glaube ich sollte mich einfach nur ins Bett legen und ja komm zack das sieht auch so ein bisschen komisch aus da da steht jetzt immer auch auf was kann das sein machen wir mal kurz totstellen dass wir hier ein bisschen Akku verlieren na zack ja wir bekommen Hilfe ich wollte schon sagen es kommt jetzt reingeflogen auf jeden Fall wir bekommen Hilfe hier nochmal und da nochmal und sogar nochmal zack er hat nichts gedrobt aber der gibt ja jetzt hier ein relativ gutes quest item also relativ ne es gibt eine kleine verbesserung aber wir nehmen ja jede verbesserung gerne mit da kennen wir nichts das sollten wir vielleicht auch mal lernen und das andere das war ne das ist auch besser und das ist schlechter klar haben wir gerade getauscht gut gut dann brauchen wir noch zwei Botani würde da nicht einfach Botaniker besser klingen wie Bonati hm der Waterwick sucht wohl auch noch die Bonati dann holen wir uns hier den mal und noch einer Levon Levon da ist noch einer Töten 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 so und ruf da komm Susi zeig was du kannst so aber ich würde sagen wir porten uns jetzt erstmal hier zurück dass wir hier mal ein bisschen raus kommen die quest kann man ja dann abgeben wenn wir hier das nächste mal wieder starten werden jetzt erstmal noch ein bisschen aufträge verteilen und dann soll es das erstmal für heute gewesen sein so so zwei abgeschlossene Mission 3,5% jawohl hat geklappt gibt ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Gold und nur 2% fast gut gut dann haben wir ein bisschen mehr es gibt ja aber mhm ist noch auf einer Mission noch 4 Stunden ok dann gucken wir mal was sich vielleicht mehr lohnt das gibt ein Item für 4,50 aber ich fürchte 68% kostet 20 auch wir haben 2000 das riskieren wir so so zu dir sollen wir auch zu Diensten für die Allianz ja ganz toll und hier geht es dann ins nächste Gebiet aber das machen wir dann wie gesagt beim nächsten Mal hier haben wir dann den Greifen das ist klar da ist nochmal unser Lager machen wir nochmal leer einfach so zack da kommt nochmal 30 Ressourcen dazu tja jetzt haben wir doch ganz gut durchgekommen war ein bisschen bisschen verplant heute bisschen chaotisch tut mir leid dafür aber naja das ist halt manchmal so bei mir ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal ich hoffe hier an dieser Stelle und nicht wieder vor dem Portal wieder lassen wir uns überreichen bis zum nächsten Mal macht's gut ciao